Millie, da geht's so, oh oh oh. Ihr könnt ja Frauen ruhig alleine einkaufen gehen. Die können ja ja nicht zu viel ausgeben. Ich nehm die. Und jetzt? Na jetzt könnten wir die liefern und bei Ihnen zu Hause anschließen. Alles zum Festpreis. Aha, und dann? Dann können Sie gleich waschen. Das war klar. Die Frau darf wieder waschen. Wollen Sie noch bei Ihrer Mutter, oder was? Capri sagt, wird billig. Die Carvinischi sagt, wird einfach. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd.